... Okay, ich hab... Ach, falls drauf los, der zählt jetzt so... Der andere... Wenn der jetzt auf dich geht... Hand hängen lassen kurz... So 2% sicher fahren... Shit, das wird ein Vibe, ich bin gerade kritisch mit Verheeren rausgekommen... Ob es jetzt immer so... Fragt nix... Joke... Ein Kleid, renn, renn, renn... Ein Kleid, renn, renn... Die Aura pfork bei mir gar nicht... Von Thornet... ... und Harker... Joke Kaua... Nächstes Entferner kommt in 10 Sekunden... Joke Kaua... Ah, schön gelandet... Oh, der ist glücklich... Der ist glücklich... Der ist glücklich... Hier kann man eigentlich genauso gut auch Schattenwiderstand buffen... Achtung! Shit war das jetzt knapp... So, Inferno ist gut gefallen, oder? Das geht nicht. Warte mal. Damage. Alles was geht. Jäger, haut's raus, was die Bückchen hergeben. Ich mach aber echt deutlich mehr Dämpferschöne. Ich mach aber echt deutlich mehr Dämpferschöne. Wie auch immer. War gut. Ja ja, ich weiß. Ja, ich mach nicht. Wald ist rot. Ja, war gut. Jetzt haben wir ihn gut im Griff. Oh, sie hat nochmal gepunkt. Oh, jetzt muss ich los. Ja. Reft'n Fades. Wird das eigentlich mitgeschnitten? Ja, wir schneiden hier alles gerade mit. Noch ein inklusive Film. Ja. Also diesmal ich nicht. Komm, jetzt klüppelt ihn aus der Phase raus. Ja. Wer hat mir eigentlich Segen des Lichts gegeben? Ja. Exter auf mich. Mach da keinen Kräften mehr, ne? Genau. Genau. Go, go, full game. Immer Schatten, wird Schmerzen immer wachsen. Aua, ich hab die Ecke für drauf. Aua, jetzt hab ich schon... Fast... Na, fast 60k Vorsprung mit Agro. Entschuldigung. Ja. Ja. Das gehört eh dazu, aber... Auch in deinem letzten Platz, wenn das mir auch mal eure Führung aufkommt. Und da hat es immer nur so einen Kursprung von 20 km oder so. Mein Swordsbock voll auffällt mir das noch. Da. Und... Kill. Blutschreie. 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 Und Palavisi. Und Palavisi. Und Palavisi. Doch, was ich gesagt habe. Jetzt, was ich gesagt habe. Und jetzt kriegt das auch... Nee, beide müssen ja Würfen. Aber ich... Ohne Feißers, ohne Illumi etwas Böses zu wollen. Aber ich hoffe, dass das wirklich der LX kriegt. Würfen. Und das Drill. Und da dritte. Und da dritte. Für mich. Und da dritte. Und da dritte.